Sehr geehrte Fahrgäste, an den oberirdischen Haltestellen hält die Stadtbahn nur nach Betätigung der Halte-Wunsch-Taste. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass das Filmen und Fotografieren auf dem Werksgelände der Westfalenhütte verboten ist. Sehr geehrte Fahrgäste, in den Fahrzeugen und an den Haltestellen von DSW 21 müssen Sie grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen.